Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Chronicles Folge 22 So Ich wollte eigentlich einen Pilger halten, Mist Was ist das? Was ist das? Ich habe schon mal die Stühle Ich habe schon mal die Stühle Höh! Nein, ich will da nur. Mach ich ihn jetzt noch mal retten oder was? Oi! Identifiierst du! Geh da da runter! Achso, das Video vorne doch bei Roller. Wollte den Filgern retten oder rennt er da einfach runter? Ja, ich bringe ihn. Ja, ihn muss ich. Irgendwie, aber... Bitte. ий自ig. Ja, ich bringe den Pru sotto. Hier kann ich ihn. Also, der Besuch ist die Ahem. Ravrakha, Katil. So. okay catching rest but not intruders okay okay So, jetzt wollen wir schon mal zum Mantel, müssen wir irgendwie da hochkommen. Jetzt, um meine Waffen zurückzuholen. Na Leute, siehst du ja auch. Unhach. Moin. Mahlzeit. Jetzt geht's los, Finder's Kästchen und Diamanten. Hm. The Templars have left their treasure behind. But it's heavily guarded. A rifleman, of course. Three more. Bums, you are thorough. I'll need to take care of them if I want to reach the box and the diamond. The diamond. The diamond. The diamond. The diamond. The diamond. This rifle could come in handy. The diamond. The diamond. The diamond. zyka Okay. So, wo ist der letzte? Vielleicht doch auf den linken Turm. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Und hier geht's weiter. Gegner leert 4.0. Hä? Ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Hä, aber wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich verstehe, das wird. Das ist ja hier. Egal wo man hinschiegt. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Achso, das ist auch wieder hart. Oh, 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 das ist auch wieder hart.